Musik Ach Claudia, Schätzchen, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung heute hier auf den Punsch. Sehr, sehr schön und sehr winterlich. Ja Claudia, das war eine ganz nette Idee und wir freuen uns auch immer so unsere Enkelkinder zu sehen. Ja, finde ich auch. Möchtet ihr eigentlich noch eine Tasse Punsch? Wir haben ja auch was vor heute. Achso, was habt ihr denn vor, wenn ich fragen darf? Wir werden heute zum Eisbaden gehen. Hast du nicht Lust mitzukommen? Eisbaden? Oh nee, bitte nicht Mama, das fand ich als Kind schon so furchtbar. Bitte kein Eisbaden. Eisbaden? Eis? Das ist doch mein Stichwort. Wo ist das Eis? Ich bin Waldmeister. Ach Julian, nicht das Eis. Heute ist Eisbaden hier in Playmobil City. Hast du davon nichts mitbekommen? Oma und Opa möchten da hin. Oh, Eisbaden? Das stelle ich mir richtig cool vor. Da möchte ich auch unbedingt hin. Im Eis zu baden, wow. Dann würde ich in ganz vielen Sorten baden. Waldmeister, Himbeer, Kirsche, Valleje. Also Emma, Julian, wenn ihr mitmöchtet, dürft ihr natürlich Oma und Opa begleiten. Was? Klar! Oh ja! Naja gut, dann trinke ich mal schnell aus und dann können wir ja los. Also wir haben eure Badesachen schon gepackt. Wir können dann los. Die sind hier in der blauen Tasche, falls ihr doch ins Eis wollt. Ja, genau. Also wir können gerne los. Ich freue mich schon richtig auf das Eis. Also ihr beiden, ihr müsst das nicht machen, wenn ihr das nicht wollt. Also ihr müsst auch Oma und Opa keinen Gefallen tun oder so. Und es ist draußen total kalt. Möchtet ihr nicht lieber eure Wintersachen anziehen? Nee, 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 nee. Auf gar keinen Fall. Das geht schon, Mama. Ach, macht dir keine Sorgen, Mama. Wir kriegen das schon hin. Bis später. So Kinder, da wären wir. Am großen Park von Playmobil City. Also hier ist ja schon mächtig viel los. Hier steppt ja der Meer. Du Opa, wo ist denn das Eis, wo man jetzt drin baden kann? Ich sehe gar nichts. Aber Emmerlein, schau doch mal. Schau dich mal um. Hier ist doch überall Eis. Das sind ja Berge von Eis und so viele Teilnehmer, als es gab es in den letzten Jahren noch nie. Du Oma, wo kann ich denn jetzt hier meine Bestellung aufgeben? Ich wollte ganz gerne Waldmeister-Eis und vielleicht mit ein bisschen Sahne drauf. Aber auch nur ganz, ganz bisschen. Ach Julian, ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Eisbaden, das ist Baden in eiskaltem Wasser in einem See. Und das hat nichts mit Eiskugeln zu tun. Hä, wie? Guck doch mal, Julian. Die Leute, die da am Rand stehen, die werden in das eiskalte Wasser gleich reingehen. Ach, dann wollen wir doch mal testen, wie kalt das Wasser wirklich ist. Uah, bruh. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, da reinzugehen. Oh, zum Glück habe ich Flossen an. Da stehe ich nicht direkt mit den kalten Füßen im Wasser. Oi, 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 oi. Zum Glück habe ich mich ganz dick angezogen heute. Das wäre ja gar nichts für mich heute. Ach, Harald, das Wasser ist wirklich klirrenkalt. Ich weiß nicht, wer da reingehen will. Also, Bertha, ich sage dir nur Verrückte, nur Verrückte heute. Und was sehe ich denn da in der Ferne? Das sind ja richtig dicke, fette Eisschalen. Oh, mein Mann. Hallo, hier ist Britta Blitzschnell und ich bin wieder hier vor Ort bei der jährlichen Eisbadenveranstaltung. Ich sehe hier schon viele, viele Teilnehmerinnen. Es geht gleich los. Du, Britta, ich habe alles drauf. Ich habe auch schon ein paar Teilnehmer, ja. Ach du, Peter, weißt du noch, als wir das mal gemacht haben? Heute würde ich mich das nicht mehr trauen. So, ich würde sagen, wir interviewen hier vielleicht mal vor Ort ein paar Leute, die sich das entweder angucken wollen oder eben auch direkt an der Veranstaltung teilnehmen. Oh Mann, oh Mann, die gehen da wirklich baden in so Eiswürfel. Das schaue ich mir mal ein bisschen näher an. So, wie wärst du denn mit diesem jungen Herrn hier? Stopp. Äh, wer bist du denn? Wie heißt du denn? Und bist du heute zum ersten Mal hier? Äh, also eigentlich darf ich nicht mit Frecken reden. Ist das eine neue Kamera? Also ich bin Julian Vogel und ich bin heute mit Oma und Opa hier. Aber ich dachte, hier gibt es Waldmeisterheiß und das gibt es gar nicht. Oh, warte mal, warte mal, bin ich im Fernsehen? Hey, Mama, Papa, Mama, Papa, ich bin hier im Fernsehen. Mama, Papa hat die Toilette verstopft, nicht ich. Das wollte ich jetzt nur mal gesagt haben, das sollen alle wissen. Oh, ich möchte auch ins Fernsehen. Hallo, ich bin's, Emma, hallo. Oh, hallo, nun gut, diese Kinder. Ich frage mich allerdings, ob die beiden nicht auch ins Eis wollen. Aber ich denke, sie sind nur Zuschauer. Äh, du, Julian, das war ja dein Name. Ähm, möchtest du eigentlich auch ins Wasser gehen oder traust du dich nicht? Was, wie bitte? Natürlich traue ich mich. Ich bin Julian Vogel, ich traue mich alles zu machen. Was ist das für eine komische Frage? Oh Gott, was will denn, der Junge will wirklich Eisbaden? Das müssen wir verhindern. Oma, kannst du mir dann meine Badehose geben, bitte? Ich gehe dann jetzt ins Wasser oder ins Eis. Julian, ich kann sie dir geben, aber eigentlich war das doch ein Spaß, dass wir die Sachen mitgenommen haben. Du wirst doch krank. Mach das lieber nicht. So, äh, der junge Herr Julian hat sich jetzt wohl auch umgezogen und ich glaube, damit ist er der jüngste Teilnehmer beim Eisbaden. Das gab's noch nie. Du, Emma, also willst du mich vielleicht nicht begleiten? Also können wir das nicht zu zweit machen? So richtig in Vögelmanier? Komm schon, wir sind eine Familie. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist mir viel zu kalt. Ich friehe jetzt schon. Ich will nach Hause. Oh, Mann, oh, Mann. Emma, weißt du was? Ich wusste schon immer, dass du ein Angsthase bist. Bin ich nicht. Doch, doch. Ich gehe jetzt alleine hier rein. Das ist mir egal. Die schafft das schon. So wie es aussieht, meint es der junge Herr wirklich ernst. Er wird jetzt ins Wasser steigen. Das ist kaum zu glauben. Ich hoffe, äh, er schafft das überhaupt. Ist das kalt? Das ist viel zu kalt. Äh, das gibt's doch nicht. Das ist ein vielleicht fünfjähriger Junge und der möchte ins Wasser? Oh, Mann, das habe ich auch noch nie erlebt hier. Also ich sag dir was. So mutig wäre ich auch mal gerne. Das ist viel zu kalt. Was habe ich noch gemacht? Ich möchte hier raus. Ich spüre meine Füße nicht mehr. Sind die überhaupt noch dran? Oh, das Wasser ist so kalt. Wer kommt denn auf die Idee hier? Hier zu baden? Und ich bin mein Weidmeister als jetzt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Mama!